Wäre das für Alexandros Chuliaras, 28, ein Problem? In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette konnte der gebürtige Grieche nicht das Herz der Protagonistin Sharon Batiste, 30, für sich gewinnen. Allzu traurig war er darüber aber nicht, die beiden gingen freundschaftlich auseinander. Außerdem hat er bereits ein Auge auf jemand anderes geworfen. Ivan Fia Bene Tattoo, 30, hat es ihm angetan. Die Bachelor-Bekanntheit hat einen Sohn. Wie steht Alex dazu? Im Promiflash-Interview auf der Jubiläumsparty von Nele Wüstenbergs, 29 Brand Nelly Pies, sprach der Dating-Show-Kandidat über seinen Crush auf Eva. Im Netz erzählte er seinen Fans auch schon davon. Kann Alex sich vorstellen, eine Frau zu daten, die bereits Mutter ist? Ja, absolut. Ich glaube, Familie und Kinder sind bei Griechen generell eine sehr wichtige Komponente im Leben. Dementsprechend, wenn man eine Person liebt, dann muss man sie komplett lieben. Eva hat halt eben ein Kind, betonte er im Gespräch. Er glaube, er sei ein guter Partner, mit dem man ein Kind großziehen könne, lachte er. Er und Eva sollen jedenfalls in Kontakt stehen, wie er weiter gegenüber Promiflash verriet. Ich würde mich sehr freuen, sie mal persönlich kennenzulernen, vom Optischen ist sie nämlich absolut mein Typ. Ich hoffe, auch vom Charakterlichen. Demnächst ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen. Das ist die Ex-Verlobte von Chris Breu 33 aber in einem neuen Liebesformat zu sehen.